Bucket Lists. Jeder spricht über sie und jeder hat eine. Doch manchmal fragt man sich, wer schreibt diese Bucket Lists? Es ist unsere Seele. Diese Energie in uns, die immer mehr will. Mehr Unbekanntes. Mehr Aufregendes. Mehr von allem. Ab und zu hält unsere Seele uns diese Liste vor Augen. Die Liste, die sie in uns immer weiter schreibt. Um uns hinaus in die Welt zu ziehen. Neue Kurven zu entdecken. Und alles, was dahinter liegt. Um uns spüren zu lassen, was Leben heißt. Lasst uns bereit sein, wenn unsere Seele uns ruft. Stecken wir die Liste in die Tasche. Und dann heißt es, anschneiden. Der neue Taycan Cross Turismo. Soul. Electrified. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020